Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brickstory, heute mit dem Review zum größten Juni 2022 Marvel Set und zwar der Iron Man Armory. Acht Minifiguren, 496 Einzelteile bekommt ihr hier für einen unschlagbaren Preis von 90 Euro. Ja, das ist kein Scherz, dieser kleine dünne Karton hier soll 90 Euro kosten. Ich konnte das nicht glauben, als ich das im Spielwarenladen gesehen habe und das in der Hand hatte. Irgendetwas Besonderes muss dieses Set doch können, damit es das wert ist. Jedenfalls habe ich das gehofft und habe es gekauft, weil hier einige exklusive Minifiguren mit dabei sind, sowie ein komplett neuer Iron Man Helm, den ich hier gerne vorstellen wollte. Ob sich das für euch lohnt, was ich noch nicht so wirklich weiß, werden wir in diesem Video herausfinden. Das Set muss aber noch einiges leisten, um besser zu sein als der erste Eindruck, den ich davon habe. Schlitzen wir das Ding einfach mal hier auf und schauen, wie viele Bauabschnitte hier drin haben. Also für 90 Euro bekommt ihr hier vier Bauabschnitte, eine anders hässliche Bauanleitung. Also das, falls ihr es nicht wisst, das ist das neue Juni-Bauanleitungs-Design. Das sieht so aus, als ob die einfach von dieser Animation, die sich so im 3D-Dings dreht, einen Screenshot gemacht hätten und das hier vorne drauf eingefügt haben. Warum benutzen die nicht einfach das Foto hier von der Box wieder? Ja, das würde doch so viel schöner aussehen als das. Hinten sind keine Sets drin, die wir noch nicht kennen. Ich habe ja so ein bisschen auf das Sanctum Sanctorum gehofft, welches uns auch noch erwarten wird. Ich habe gerade überlegt, ob die Sachen alle Prints sind, weil ich den Stickerbogen nicht gefunden habe. Aber der Stickerbogen hat sich hier noch in der Verpackung versteckt. Da sind natürlich auch noch einige Sticker mit dabei. Auch großflächige Sticker. Also kann man keinem erzählen, 90 Euro und dann noch so ein Riesenstickerbogen. Wenn man entspannt baut, braucht man, denke ich, so eine Stunde, um das hier zusammenzusetzen. Und dann steht hier so ein Sammelsurium aus verschiedenen kleineren Teilen vor einem. Das sind immer mal wieder Anspielungen an die einzelnen Filme. Die zeige ich euch gleich natürlich noch. Ist aber jetzt keine bestimmte Szene, die hier nachgespielt wird. Also man kann eigentlich mehrere Sachen damit darstellen. Gucken wir uns die Minifiguren mal etwas genauer an. Die langweiligsten drei hier zum Start. Tony Stark mit seinem Black Sabbath T-Shirt. Den gab es so auch schon in dem Zicarion Iron Man. Genauso wie Pepper Potts aus dem Iron Monga letztes Jahr. Und die Standard Nick Fury Figur, die wir auch schon aus einigen Sets kennen. Das sind jetzt keine Gründe, um das Set zu kaufen. Viel eher wohl die Iron Man Anzüge. Davon haben wir vier Stück am Start. Drei davon werden aufgebaut im Set mitgeliefert. Einerseits natürlich War Machine. Dann den MK-25 Anzug mit diesen Presslufthammern an der Hand. Der Mark 85 mit auch noch diesen Nanotech Ausläufern am Rücken. Und dazu auch noch eine Iron Man Rüstung, die so ein wenig verteilt hier in der Hall of Armor ist. Könnt ihr natürlich auch noch zusammenbauen. Und dann bekommt ihr hier den Mark 3 Iron Man Anzug. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Hier wird jeweils ein neues Helmteil verwendet für die Iron Mans. Falls ihr die Geschichte der Iron Man Helm Teil nicht kennt, hier ein kleiner Einstieg. Es gab früher diesen Helm, der für mich meiner Meinung nach auch immer noch der perfekte ist. Der hatte noch so ein paar mehr Ecken und Kanten. Den konnte man dann auch noch aufklappen. Dann kam irgendwann die Zeit, wo der Iron Man Helm dann ersetzt wurde mit einem nicht aufklappbaren Helm, wo einfach nur ein Print drauf gewesen ist. Das ist ein häusliches Teil, um ehrlich zu sein. Dieser neue Helm ist halt so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Man kann den Helm zwar wieder öffnen, von vorne ist es aber wieder abgerundet und sieht deshalb wieder katastrophal aus. Ich vermute mal, dass der Grund für die Umstellung einfach gewesen ist, dass dieses Teil einfacher zu produzieren ist. Dazu gibt es auch noch Ivan Vanko bzw. Whiplash. Komplett neu, den hatten wir noch nie als eigene Minifigur. Einerseits könnt ihr hier seine Frisur benutzen, ihr könnt ihm aber auch noch den Helm aufziehen. Das ist dann das besagte Helmteil, welches man nicht öffnen kann. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mehr von der Figur erwartet, aber immerhin zum Spielen kann man ihn jetzt natürlich benutzen. Zum ersten Mal in diesem Set enthalten ist der Audi R8 Spider von Tony Stark. Ja, ob man das jetzt als Audi bezeichnen kann? Nein, natürlich nicht, weil es keine Lizenz hat. Ich finde von vorne geht es noch einigermaßen, aber der Rest von diesem Fahrzeug sieht einfach absolut pottenhässlich aus. Das Ding hätten sie sich auch einfach sparen können und dann halt ein Audi R8 in der Speed Champions Reihe herausbringen, dass man den noch dazu kaufen kann. Nummernschild ist hier natürlich ein Sticker und das coolste Feature ist eigentlich diese Stark Expo Karte, die er dann dort oben drin transportiert. Das sieht man ja auch kurz so im Film. Das sind selbstverständlich alles Sticker und die könnt ihr hier auch auf diesen Tisch legen und dann dort quasi ausbreiten. Das ist schon ein cooles Extra, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wesentlich besser als dieses Auto. Gott, oh Gott. Ein paar kleinere Accessoires für seine Werkstatt sind auch noch mit enthalten. So eine kleine Bohrmaschine, genauso wie ein Stuhl und auch nochmal Dummy. Da könnt ihr dann den Arm in verschiedene Richtungen bewegen. Eine kleine Werkbank mit ein paar Werkzeugen und wieder einem Daumen-Grade. Vielleicht könnt ihr euch noch an diese kleine Iron Man Statuette erinnern, die in der letzten kleineren Hall of Armor dabei gewesen ist. Diese hier ist jetzt tatsächlich nicht bedruckt. Sie haben sich einfach den Print dafür gespart. Was ich absolut mies finde, wenn man bedenkt, dass das das teuerste Iron Man Armor Set ist. Schubladen könnt ihr aufmachen. Und dieser Tisch, da sind tatsächlich wieder vier Sticker dabei. Und natürlich hier noch die Mark III Rüstung. Einerseits der Bauplan für das Schild von Captain America. Und auch der Bauplan für den Teilchenbeschleuniger, den er in Teil 2 baut. Und auf dem Bildschirm noch so ein paar Analytics. Und den Tisch kann man natürlich auch wieder durch die Gegend rollen. Und Hauptteil ist dann hier die Armory, wo ihr dann die Anzüge lagern könnt. Und auch noch diesen kleinen Stand habt, wo er dann so draufsteht und seine Rüstung anzieht. Ganz coole Szene im Film. Den Bild hierfür mag ich eigentlich auch ganz gerne. Das Ding mit dieser Armory ist, dass ich sie wesentlich schöner finde als die letzte. Das muss man sagen, so vom Bautechnischen her ist es schon cooler. Es ist halt noch nicht so 100% durchdacht. Zum Beispiel diese Elemente hier oben. Warum sind die hier nicht mehr? Man kann sie natürlich nochmal übereinander stapeln. Aber wenn man es jetzt so hat wie ich, alles nebeneinander, dann fehlt hier oben einfach viermal was. Hier habt ihr noch verschiedene Ständer und die Hose für den Mark III Anzug. Und die Sticker werden dann nochmal für solche Hologramme verwendet. Einerseits hier der Mark I, der Silver Centurion. Ich weiß nicht, ob das ein Teaser ist, dass der mal wieder rückkommt. Ist einer der teuersten Ironman Anzüge aus diesem Polybag gewesen. Und der Nanotech Anzug. Könnt ihr aber natürlich auch herausnehmen. Und dann dort einfach einen anderen Anzug lagern. Set ist natürlich optimal, um sich davon mehrere zu kaufen und dann alle Ironman Anzüge hier einzulagern. Könnt euch aber auch einfach die Anleitung hiervon ziehen und das dann nachbauen. Das sind keine exklusiven Teile, die hier für den Build verwendet werden. Aber was genau ist denn jetzt eigentlich mit diesem Set falsch gelaufen? Nun ja, ganz ehrlich, eigentlich fast alles. Ein paar Sachen gibt es, die gefallen mir. Die habe ich euch ja gerade schon genannt. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass hier einfach nur ein Test gemacht wurde, wie lange man die Kuh noch melken kann. Die Ironman Hall of Armor von vorher, die waren super Set für 60 Euro damals. War auch schon relativ teuer, aber wird sich wahrscheinlich wie Pfannkuchen verkauft haben. Dann gab es noch die Erweiterung. Dann gab es das Ganze nochmal von Spider-Man. Ich schätze mal, dass sie jetzt einfach wieder sowas im Sortiment haben wollen und sich gedacht haben, ja, das kauft eh jeder, dann machen wir das einfach mal für 90 Euro. Das ist einfach frech. Dazu wird es nochmal teurer. Die Helme sind ausgetauscht. Gut, ist natürlich Geschmackssache, ob man die neuen Helme jetzt lieber mag oder nicht. Für mich persönlich wirkt es so ein wenig nach Kosteneinsparung, aber das kann ich natürlich nicht genau wissen. Das ist nur mein Gefühl. Von daher kann ich eigentlich ganz objektiv zu diesem Set sagen, dass es mit 50% Rabatt wahrscheinlich immer noch zu teuer ist. Wenn ihr wirklich Marvel-Minifiguren-Sammler seid oder sowas, dann wartet einfach noch, bis es ordentlich Rabatt da drauf gibt, wenn ihr es wirklich haben müsst. Oder vielleicht guckt ihr nach den Minifiguren irgendwie gebraucht. Wenn es euch jetzt darum geht, so eine Iron Man Armory zu haben, ganz ehrlich, die Anleitung gibt es im Internet kostenlos zum Runterladen. Holt euch die Anleitung, bestellt euch die Teile irgendwo einzeln oder baut es mit euren eigenen nach. Den Sportwagen braucht keiner. Diese paar kleinen Teile, die da mit dabei sind, sind eh größtenteils Sticker. Und ich hoffe, dass ihr solche Experimente, um zu testen, wie lange Fans noch bei sowas mitgehen, in Zukunft unterlassen und die Preise nicht mehr würfeln, sondern wirklich nach dem Mehrwert der Sets bestimmen. Kann man hier leider nicht anders sagen. Ich habe euch hier noch mehr Reviews verlinkt, falls euch das noch interessiert. Ansonsten lasst dem Video gerne einen Daumen nach unten oder einen Daumen nach oben da, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Bis dahin, habt einen wundervollen Tag. Und ich liebe euch 3000.